Räume, die Karte frei. So. Die Karte frei räumen, kriegen wir hin. Zack, mich. So. Na. Hä? Ja, jetzt. Back. Back. Ein. Na, wieso? So. Karte frei. Und jetzt? Starte die Maschinen des Bootes. Okay. Nein. Ja, nein. Nein, 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 ja. Okay. Nein, die Nummer 1 der Tasse brauchen wir jetzt mal nicht. Ach, Junge. Vater, mach doch keinen Scheiß. Geh da rüber. Näher, komm. Boah, der bleibt manchmal auch echt an den ekelhaftesten Fizzle-Ecken hängen. Der Nachteil, wenn man keine Knochen hat, Kinder. Deshalb trinkt eure Milch. Oh. Wer ist diese Frau? Wer ist diese Frau? Okay. Gehen wir doch mal hin zu dieser Frau. Vielleicht. Nein! Oh, ich hab das nicht mal gesehen. Oh, jetzt muss ich die ganze Scheiße nochmal machen. Ich mein, jetzt ist nix wildes, aber... Weg, weg, weg. Weg. Mit dem ganzen Scheiß. So. Alles muss man selber machen, euer Käpt'n. Och Gott, ey. Och. Ja, der Koch ist ein Sonderling. Weg. Ja, lass los. So. Maschine starten. Ach. So. Ja. So. Okay. Wer ist diese Frau? Wie komm ich denn am besten zu ihr hin? Ist die Frage. Hier lang, oder? Irgendwie muss ich ja hier hochkommen können. Denk ich. Warte. Nee. Ja. Nein. Ich weiß auch nie, welcher Fuß gerade aktiv ist. Ey, wenn du gerade stehst... Okay, ja. Halt dich doch da fest. Halt dich doch da fest. Oder muss ich außen lang? Kann ich mir nicht vorstellen. Muss ich außen lang? Ehrlich? Nein, oder? Nein, 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 nein. Oh, ist das dämlich. Ich muss wahrscheinlich wirklich... Ich muss wahrscheinlich wirklich über die Dings laufen. Oh. Och, ist das dämlich. Oh. So. Weg damit. Weg damit. Ja, weg. So. Karte freiräumen. Ja, nein, lass die Tür... Lass die Tür los. So. Weg damit. Weg damit. Rüber da. So. Nein, nicht so weit rüber. Jetzt bleibt er wieder am Rad hängen. Ja, 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 ja. Wo ist der Oktopus-Dings da? Ah, weg damit. Nein, 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 nein. Du sollst einfach... Oh, Junge. Ja, egal. Hat geklappt. So. Wer ist diese Frau? Ich würde sagen... Was ist los? Ich würde sagen, ich gehe mal hier lang jetzt. Weil ich versuche es zumindest. Vielleicht ist das hier lang besser. Ich weiß echt nicht, wie ich das machen soll. Das ist mir gerade ein Rätsel. Weil ich komme da nicht lang. Ich komme außen nicht lang. Och Gott, ey. Warte mal. Wir gehen mal rum. Vielleicht können wir auch hier oben lang. Ich glaube, hier oben lang könnte sogar gut sein. Obwohl, warte mal. Das ist eigentlich dasselbe im Grünen, ne? Da lande ich nur... Welcher Fuß? Nein, 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 nein. Nicht wieder von Bord fallen. Oh, das mit den Füßen hasse ich an dem Spiel. Das muss ich ganz klar sagen. Das ist, äh, ja. Dumm gemacht, finde ich. Nicht runterfallen. Welcher Fuß ist jetzt... Hey. Man muss doch hier irgendwie hochkommen... Können. Man muss doch da irgendwie hochkommen können. Aber wie? Ja, raus. Du sollst rausgehen. Meine Fresse. Ah. Ja, nee, so nicht. Hä? Ich raffe es gerade wirklich nicht. Ich raffe es nicht. Nein, 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 nein. Jetzt falle ich wieder runter, aber was? Oh, ist das dämlich gemacht. Okay, es scheint aber wirklich so zu gehen und... Warte mal, wenn ich jetzt hier hochkommen würde, könnte irgendwie... Ne? Nein, 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 nein. Oh, nein, 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 nein. Warte mal. Oh, nein. Ey, ist das dämlich. Okay. Das macht keinen Spaß. Das macht einfach keinen Spaß. Das mit den Füßen finde ich wirklich dämlich. Das Spiel an sich super cool, super niedlich gemacht, super lustig. Aber das mit den Füßen, das ist dumm, Alter. Und ich spiele schon mit Controller. Ich will gar nicht wissen, wie die Steuerung mit Tastatur und Maus ist. So. Nein, ja, weg damit, so. Okay, starten wir wieder die Maschinerie. Nein, 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 ja. So. So, wie komme ich jetzt zu ihr hin? Da ist ein Schiff. Wer ist diese Frau? Ja, entweder hier drüber. Oder hier drüber. Warte mal. Ja, geh nach Haus. Okay. Oh, ist das frustrierend mit den Füßen. Das geht mir so auf den Sack. Ach. Leute, sorry, dass ich da so angenervt gerade bin. Aber das nervt wirklich. Das ist dumm gemacht irgendwie. Wenn der wenigstens mit den Füßen kleben würde. Kann ich, oder vielleicht kann ich mich irgendwie hiermit irgendwo festhalten? Nein. Ich raff es nicht. Ich raff es auch nicht. Ich raff es nicht, Alter. Ich raff es nicht. Ja, hier ist das. Nein. Ich raff es nicht. Was, was, was willst du von mir spiel? Was willst du von mir spiel? Was soll ich denn da machen? Wie soll ich denn da hinkommen? Das erklär mir mal. Irgendwie. Das erklär mir mal, wie ich da hinkommen soll. Ja, fickt den Bengalo. Oder das Flairlicht, wie auch immer. So. Wie komme ich da hin? Wahrscheinlich wirklich am besten hier lang irgendwie. Ja. Aber irgendwie klipp ich hier nirgendwo fest. Und ich fall wieder runter. Oder was? Irgendwie so muss das aber gehen. Ich, vielleicht stelle ich mich nur dumm an. Ich weiß nur, dass mich das gerade nervt. Oh. So. Weg mit der ganzen Scheiße da. Na, komm. So. Das haben wir jetzt schon zum hundertsten Mal gefühlt gesehen. Ja. Du sollst es greifen. Hallo. Oh Gott, Alter, ey. So. So. Wie komme ich jetzt da hin? Ich muss ja von außen da irgendwie hin. Ich raff aber nicht wie. Kann nicht irgendwo hier hoch. Kann nicht irgendwo hier hoch. Ich sehe nichts. Wo wir wieder beim Thema Kamera wären. Nein, 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 nein. Das ist schon mal wieder scheiße. So. Warte mal hier. Man kommt doch bestimmt hier an der Box hoch, oder nicht? Warte. Ja. Ja. Nee. Irgendwie. Nein. Aber außen lang ist doch dumm. Nein! Oh, ich wollte nicht runterfallen. Oh, langsam. Langsam, aber sicher. Ist auch gut gewesen, ey. Nicht die Tür. So, runter mit der Scheiße da. Zack. Ja, loslassen. Weißt du, das Ding ist, das Spiel hat es gar nicht verdient, dass man das salty wird. Und vielleicht bin ich einfach wirklich nur ungeduldig, aber es nervt halt einfach nur. Ach, Gott, ey. Wer ist diese Frau? Ja, und wie komme ich da hin? Kamera. Danke. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Weil irgendwie komme ich hier nicht hoch an den Kisten. Da sowieso nicht. Irgendwie muss ich an der Seite lang, aber wie? Warte mal. Ja. Nein. Warte, 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 warte. Ja, 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 ja. Nein, nein, nein. Oh, das sah gut aus, das sah gut aus. Warte. Ja. Nein, weil der dann direkt wieder los ist. Nein, 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 nein Vor allem, warum lässt er da los? Welcher Fuß ist jetzt wieder dran? Wer Fuß ist dran? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, wie die sich das vorgestellt haben. Wie man da hinkommen soll. Ja. Warte, 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 warte. Nein, 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 nein. Ich sag ja, das mit den Füßen ist die dümmste Scheiße. Der Rest des Spiels, mega geil. Hä? Junge, du sollst dich da festhalten. Ey, das geht mir grad nur noch auf den Sack. Och Gott. Ist doch nicht wahr, ey. Ja? Ja? Och, ist das dumm, ey. Och, ist das dämlich, ist das dämlich. Ja, klipp dich doch da irgendwo mal fest, Alter. Ja, so schon mal nicht. Na, warte. Nee. Nee. Oh, 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 oh. Nein, 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 nicht darüber, nicht über Bord. Ich hab keine Ahnung, wie ich darüber kommen soll. Wirklich nicht. Ist es mir ein Rätsel? Irgendwie so. Ah, so nicht. Okay, das ist einfach nur behindert. Das ist so dumm gemacht. Das ist so dumm gemacht. Das geht mir grad auf den Sack. Ich muss es leider sagen, das nervt. Und jedes Mal musst du wieder diese behinderte Scheiße hier machen. Können die nicht einfach dann ein Checkpoint setzen, nachdem man die Maschinerie angeworfen hat? Oh, greif doch das Schiff. Okay, wow. Okay. Nein, 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 nein. So. Wer ist diese Frau? Ja. Warte mal, kann man die Scheibe einschlagen? Ich glaube nicht, aber... Oder kann ich vielleicht sogar hier durch die Scheiben durch? Oder kann ich vielleicht... Nee. Ich habe gedacht, vielleicht das Schiff irgendwie manövrieren, das Kisten runterfallen oder ähnliches. Nein! Ach du dumme Sau! Halt dich da fest. Oh, das war Glück. Was ist das? Das ist ein Gegenstand da. Was ist das? Eins von drei, ja. Großartig. Interessiert mich gerade nur eher weniger. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass die Eingaben, alter, dass er einfach nicht macht, was er soll. Nein. Nein, 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 nein. Nicht wieder runterfallen. Nein. Ich raff das mit dem Bein einfach nicht. Ich bin da, glaube ich, zu grobmotorisch für veranlagt oder so. Also, ich glaube ja, man muss außen lang. Das Problem ist nur, der hält sich ja nirgendwo fest. Du kannst... Also, ich kriege den hier nicht geklippt. Irgendwie... Ist das so dumm, in meinen Augen. Och, Mann. Das ist so schade. So ein großartiges Spiel, ey. Und dann machen die so einen Müll. Ich raffe es nicht. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich muss hier anscheinend rüber. Aber ich kriege die Beine ja nicht kontrolliert. Och, ist das dämlich, Mann. Halt dich doch da fest, du Beschissener. Ach. Komm. Ja, lass doch das andere Bein los. Das meine ich. Was ist das, Alter? Was ist das? Was haben die sich denn bei dieser Steuerung gedacht? Von den Beinen, Alter. Jetzt bleibst du da hängen und du kommst aber nicht rüber. Jetzt hat er sich da oben gerade festgehalten, aber du kommst da nicht hin. Ist das dämlich, ey. Was willst du von mir spielen? So, weißt du, wenn du so normal läufst, dann geht das alles. Nur nicht, wenn du irgendwo rüber willst oder so. Okay. Okay. Ich, ich, ich raste aus, ne? Jedes Mal wieder die Scheiße hier runterräumen. Du sollst die Kacke loslassen. Mann. So. Ja, lass den Scheißring los. Und ich raffe nicht, wie ich da hin soll. Gibt's denn hier irgendeine Möglichkeit? Nö, ist dasselbe in grün, ne? Nö, warte. Och, Herrgott, noch eins, ey. Mach doch nicht so eine Scheiße. Welcher Fuß ist jetzt wieder wo? Och, das finde ich wirklich dumm. So ein gutes Spiel eigentlich, ey. Nur damit das dann so eine doofe Mechanik hat, ne? Jetzt hängt er hier wieder fest. Ich krieg die Kretze. Ja, klar. Ich komm nicht mal die Treppen hoch, Leute. Och, ist das bescheuert, Alter. Ich komm nicht mal die Treppen hoch. Ist das dumm. So, jetzt. Hat auch nur ein Jahr gedauert. Gibt's hier irgendeine Funktion? Irgendwas, was ich machen kann? Damit. Warte mal. Was ist das? Du sollst danach greifen. Okay, das ist immer nur das. Okay. Ansonsten. Ah. War's das? Weg damit. Ey, diese Gegenstände, die mir hier im Weg liegen. Warte, 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 warte. Warte mal. Ja. Ja. Okay, ich nehm alles zurück. Die Mechanik mit den Beinen ist zwar scheiße, aber ich hätte das halt probieren müssen. Oh.